Ich habe mich gerade im Wald verfahren, hier irgendwo in der Nähe der Vulkan Eifel. Gut, jetzt kommt gleich ein toller Ausblick, Panoramablick eventuell. Hallo, herzlich willkommen in der westlichen Vulkaneifel. Hier in dieser Region haben sich vor vielen tausend Jahren im Quartier und auch im Tertiär heftige Vulkanausbrüche ereignet. Aber was wir davon heute sehen können, das sind nur spärliche Reste. Zum Beispiel drüben der Mosenbeerkrater, der Rest eines Schlackenvulkans. Also Vulkaneifel hin oder her, ich weiß nicht. Wir haben ja jetzt den Schlackenkegel vom Mosenbergvulkan gesehen, aber das hier, das kann ich überhaupt nicht einordnen. Da ist ja einfach ein Loch mitten in der Landschaft. Folgende Steine habe ich in der Nähe dieses seltsamen Loches gefunden. Und dann habe ich den Schlackenkegelbben gefunden. Und dann kann ich den Schlackenkegelbben. Wir sind gerade auf der Suche, oh Schlagloch, auf der Suche nach Oliwin-Bomben. Ich weiß nicht, ob wir noch welche sehen werden. Da können die Schüler, die auseinanderbrechen, nicht so wacken, so nah macht er das gar nicht. Siehst du, hier scheint das schon ein bisschen durch. So, der ist auch richtig schön klein, man sieht halt die runde Form, wie eine Bombe. So, ich weiß nicht, ob wir noch welche sehen.